Letztes Jahr hat es im Kanton Bern aus mehreren Gründen über 300 Mal gebrannt. Wegen Grill, wegen Kerzen, wegen Zigaretten und wegen Elektrogeräten. Im Durchschnitt ist das fast ein Brand pro Tag. Viel zu viel und in der Folge auch viel Leid, das man vermeiden konnte. Wir von der Gebäudeversicherung Bern informieren euch auf dieser Webseite über einen sicheren Umgang mit Grillen, Kerzen, Zigaretten und Elektrogeräten. Es sind immer nur wenige einfache Regeln, aber sie bewirken Grosses, wenn ihr sie befolgt. Helfet mit, Brennen zu verhindern. Nehmt euch Zeit für die Informationen auf dieser Webseite. Wir danken euch. Untertitelung des ZDF, 2020